Hey und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominika Wodika von Natürlich Ursprünglich Leben. Seit über fünf Jahren begleite ich inzwischen Menschen als Rewild Yourself Coach bei ihrer persönlichen Auswilderung für Körper, Geist und Seele. Sowohl als Videobotschaft oder persönlicher Zusammenarbeit mit mir. Nimm dir immer für dich das heraus, was dir dient und was dich bei deinem täglichen Erleben bestmöglich unterstützt. Warum möchte ich dich zum Auswildern motivieren? Wenn du in dieser Welt ein selbstbestimmtes, glückliches und erfülltes Leben führen möchtest und wenn du eine neue Welt aktiv und bewusst mitgestalten möchtest, dann ist es wichtig, dass deine Seele sich entfalten und entwickeln kann. Dass dein konditionierter Geist neue Möglichkeiten aufgezeigt bekommt und vor allem neue Aufgaben bekommt. Dass dein wundervoller Körper als gesunder, kraftvoller Partner Hand in Hand mit Körper und Geist geht. Es geht zurück zu deinem Ur-Self, zu deinem ursprünglichen einzigartigen Selbst. Wenn du also auch bereit bist für deine individuelle Ausbildung, dann abonniere gerne den Kanal und mach dich bereit für regelmäßige Inspirationen, Impulse zur Selbstreflexion und wertvolle Tools für deine Eigenanwendung. Ich freue mich auf dich.